Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video in Season 7 und tatsächlich ist das meine allererste Runde. Bevor ich meinen Stream beendet habe, bin ich in Gruppenkeile reingegangen, um euch nur kurz die Mitte zu zeigen. Mehr habe ich nicht gemacht, das ist jetzt meine allererste Runde mit Stihl und Stani! Was denn da? Siehst du da links? Was? Was blaues ist da? Ich habe selber noch nichts entdeckt, aber wenn du sagst, lass da hingehen, dann gehen wir jetzt da hin. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht wohin. Ich sage euch, wir gehen einfach dort in die... Warte, wir gehen hier oben hin, hier oben. Ich habe eine neue markiert. Lass mal hier oben hin und dann checken wir von da oben die ganze Lage ab, okay? Bro, da unten ist ein mythischer Boss, Alter. Ja, dann gehen wir da hin, Leute. Bro, da gibt es auch neue Kisten, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt neue Kisten, es gibt neue mythische Bosse und Herr Lama rennt hier irgendwo auf der Karte rum, Leute. Mal gucken, ob wir gut Glück genug haben, um Herr Lama hier zu finden. Falls ihr denkt, wir schaffen das, dann droppt ein fetten Like einfach um diese neue Season zu ihren, Leute, weil ich habe übertrieben Bock auf diese Season. Jungs, seid ihr gehypt? Danke, dieses ist die beste Season überhaupt. Hey. Ich muss weinen. Der sieht auch wieder endlich aus hier unten, Alter. Im Bettepass-Video habe ich gesagt, ey, ich feiere diesen Rigskin gar nicht. Ich wollte den auch gar nicht anziehen, aber die Jungs hatten den schon drauf direkt, als wir in der Lobby waren. Und dann dachte ich, komm, ich werde diesen Skin jetzt auch benutzen. Ey, ich finde, der Skin passt einfach gar nicht in Fortnite rein, Jungs. Real talk. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fühle es eigentlich korrekt, dass die trotzdem so Kooperationen schaffen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Überleg mal, irgendwann wirklich so eine Anime-Season mit Dragon Ball. Naruto, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen... Ja, ja, Naruto kann... Naruto kommt safe. Safe. Ich habe nämlich gefunden, irgendwas Neues noch gar nicht. Jungs, wenn Gegner irgendwo ist, sofort Bescheid geben. Oh Gott, ja, ja, richtig viele Gegner da in der Stadt, da in der Neuen. Alter. Hör Schüsse ohne Ende. Komm, komm, komm. Stein, ich habe steht für dich. Oh mein Gott, Leute, guck mal nach oben. Einfach Monstrum-Ufo. Und das Geile ist, wir müssen noch herausfinden, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwo, wenn du auf der Karte stehst, wirst du dann quasi vom Ufo reingezogen und dann kannst du 15 Sekunden lang diese neuen Kisten suchen. Ja, du musst doch nicht gerade gucken. Ey, warte, 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 was für ein Dings? Was für ein Kistenspot? Ja, hab ich gelesen. Hab ich gelesen. Corny Complex, neuer Ort. Komm mal mit, ich zeig dir was kratzt, ich will dir was richtig krankes zeigen. Jetzt bin ich es krank. Ich werde da wirst du richtig staunt, komm mal mit, Alter. Jetzt bin ich es krank. Was hast du tolles für mich? Wollen sie gehen, da pass auf, da muss man aufpassen. Oh, die sind unten, die sind schon unten. Okay, ich komme mit. Jungs, die müssen alle hier, du siehst, komm mal. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ist das ein Boss, ist das der Boss? Ja, ja, das ist ein Geheimsport, da unten sind Gegner. Oh, das ist der Mythische Boss, ja, die rechnen gerade an. Komm mit, schau, 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 hier rein, Jungs. Ich habe nur eine Waffe, nur zwei Waffen. Schnell, 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 Jungs. Hier, macht auf, macht auf. Okay. Hier, runter. Oh nein, mir geht es auf. Runter, runter. Steel, komm zu uns. Leute, was ist das? Wie geil sieht das hier bitte aus? Und ich habe mir voll auf die Zunge gebissen, Aua. Oh mein Gott, hier ist er. Ich habe einen. Hat einen Hit? Ich habe einen. Da ist Neymar, Digga, er denkt auch, falsches Season-Empf. Oh mein Gott, Maschalab, Bro. Oh mein Gott, guck mal. Slow uns ein Pulsgewehr. Oh mein Gott. Bro, da haue ich jetzt direkt ab, da haue ich jetzt direkt ab. Bro, du kannst die auch später haben, aber erst mal muss ich die Waffe ausprobieren. Hier ist dieser kratze, mythische Boss, Alter. Ich habe einen Jump-Pack. Guck mal, was hier ist, Assu? Was? Damit kannst du Leute analysieren. Warte, warte, das lebt sich auch automatisch, oder? Ja, die ist wohl schackt. Ey, Jungs, guck mal, hier ist meine Waffe. Ey, wie geil ist das, Jungs. Dann nehmen wir kurz die Pappen mit. Hast du die Ray Gun? Ich habe die Ray Gun. Hier, Assu, willst du auspacken? Bro. Nee, behalte ruhig, behalte ruhig. Die ist zu stark, die ist zu stark, Alter. Ey, Jungs, ihr seid da mal. Holy shit. Wo bist du still? Ich habe mich hier verlaufen. Assu, komm mal her. Ich bin, 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 ich bin. Was? Oh mein Gott, was ist das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Ich sehe es schon, komm Leute, nur Kisten-Loot-Challenge mit den Jungs irgendwann. Impulsgewirr wieder in Ruhe, in Ruhe. Ich dachte, oh, ich dachte gerade Ray Gun. Ah, okay. Ey, guck mal hier, warte, ich zeige euch immer die Ray Gun. Ich sehe es gerade, guck mal hier. Hier noch ein Schildtrank, Steini, bleib stehen. Pass auf, da schießt jemand auf dich. Ey, das ist, Digga, das, was schießt denn das Teil raus hier? Hier ist Schildtrank. Oh mein Gott. Ja, warte. Guck mal hier, Assu, nimm mal. Boah, wie das aussieht. Digga, sieh mal an, du kannst damit halt auch echt gedrückt halten. Sei mal ehrlich, ey, das ist blau. So eine kranke Waffe ist einfach blau. Digga, schieß mal, Digga, schieß mal gleich gegen das Auto schießt. Das Auto, äh, digga, ist komplett nach 1.000 Meter weit weg. Ey, das ist so OP, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sag euch ehrlich, vielleicht wäre es besser, wenn Epic Games nicht direkt alle Waffen reingeballert hätte. Weil jetzt haben die... Ey, die haben ja nicht alle, da soll ja noch eine Schrotfinte, um zu kommen. Ja, ich hoffe es. Ja, stimmt, stimmt. Ich hoffe, dass die wirklich nicht alles reingeklatscht haben. Nee, nee, Schrotfinte wurde ja schon geleakt, dass die kommen. Es wird dunkel, die Aliens kommen gleich. Das ist ein Lama, Assu, komm mit, Steini. Wo? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich bin auf dem Weg, warte. Seht ihr ihn da? Nein. Ich markiere ihn euch, ich markiere ihn euch. Oh mein Gott. Der wird gleich wegrennen, pass auf, der wird gleich wegrennen. Okay, lass ihn ein bisschen analysieren. Kann ich ihn damit analysieren? Wir müssen ihn hinterherrennen. Hinterherrennen, Jungs, hinterherrennen. Der rennt doch gar nicht. Er rennt wirklich. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, Freunde. Herr Lama. Wir müssen ihn nicht kaputt machen, wir müssen ihn jetzt hinterherrennen. Der droppt Loot immer hinterherrennen. Okay, also nicht kaputt machen, ne? Was passiert, wenn wir ihn kaputt machen? Dann droppt er direkt alles, aber wir müssen ihn hinterherrennen, weil wir lieb zu ihm sind. Steini, gönn dir? Hallo, Herr Lama. Ey, wie geil ist das gemacht? Er macht nicht richtig Party, pass mal auf. Ey, du hast einen Sekunden animiert, Alter. Und dann droppt er extra Loot, ne? Das weißt du. Und das Ding ist, ich konnte mir wirklich das nicht vorstellen, weil Stani hat mir das schon erzählt. Guck jetzt. Oh, Herr Lama, explodiert gleich. Er tanzt, die Boogie-Bombe. Let it go. Wo ist der Loot? Ach, Stani wieder geprankt, schade. Nein, er droppt halt unterwegs in seinem ganzen Loot. Ey, Stani. Der hat sich weg-teleportiert, Digga. Ja, ja, doch. Wenn man ihn nicht killt, der macht, droppt er auch mehr, ne? Ja, aber hätten wir ihn sonst gekillt, dann hätten wir jetzt nochmal einen Mets bekommen. Aber okay, schade, dein Fighten. Äh, ach so. Ja. Also, wir haben gar keine Mets bekommen, ne? Nee, der hat sich doch weg-teleportiert. Oh mein Gott. Der ist safe jetzt irgendwo auf der Karte. Schade, dass er sich scheiße erzählt. Ja, alles meine Schuld, ist okay. Ey, was haben wir bis jetzt alles gesehen? Einfach die neue Waffe. Einfach Sloans Impulsgewehr. Dann haben wir Herr Lama laufen gesehen. Und wir waren einfach in so einem Untergrund. Ich glaube, wir haben so viele Geheimnisse noch nicht entdeckt, ne? Das erste Anfang, Leute, von einer kranken Season. Bro, das ist die beste Season überhaupt. Ich hoffe, wir finden gleich schon UFO, Alter, dass wir mit dir rumfahren können. Das war echt nice. Das wäre richtig geil, Digga. Ich bin ehrlich. Ey, ungelungen, Freunde. Das ist meine wirklich erste offizielle Runde. Die Jungs haben schon ein bisschen gespielt. Und deshalb habe ich gesagt, komm, die Jungs waren... Diegel ist auch wieder back. Diegel wieder back. Oh mein Gott, Leute. Diegel. Also ich sage euch ehrlich, ich habe Bock auf Suicide und sowas. Da kann man richtig schön wieder coole Sachen mit Diegel-Miegel machen. Ey, lass mal gucken, was in der Mitte ist. Ja, lass mal machen. Das ist ja übelst dieses Einschlags-Dings da gewesen von dem Mutterschiff. Oh mein Gott. Der hat ja das in den Mittelpunkt hochgesaugt. Das wird nice. Lass mal reingehen. Habt ihr irgendwie eine Vermutung, was mit dem Besucher passiert? Im Trailer hat man ja gesehen, wie der Besucher irgendwie im Wasser runtergefallen. Da wird Safe wieder auferstehen irgendwann. Vielleicht sogar am Ende dieser Season. Ja, er ist nicht tot. Oder in der nächsten Season wird er mit Rache nochmal zurückkommen. Wo? In der Mitte. Warte, da kann man schön analysieren, Leute. Komm, analysier. Der analysiert nicht. Ich stand nicht runter. Oh Gott, hast du auf mich geschossen? Nee, nee, hab ich nicht. Oha, ich bin fast down. Bro, was passiert da? Die schießen gerade mit Dragon auf uns. Die schießen mit Dragon auf uns. Mein Gott, Alter, wie? Oh mein Gott. Man sieht den Strahl, das ist ja voll OP. Du musst da unten schießen. Da, da unten, das Teil. Attacke, die Jungs. Shieldcrack, Shieldcrack. Und White, White, White. Da links ist auch noch ein Gegner. Doppel, White, Doppel, White. Das White, A, 2, White. Ein Schuss, nur Ein Schuss. Sehr gut. Hallo, Ein Schuss, nur noch Ein Schuss. Links ist auch noch jemand, der baut sich zu wie ein Urang-Utan. Kurz analysieren. Ich muss die Brüche verzeiht mir. Ja, ja, normal. Habt ihr gesehen, der ist analysiert? Der haut ab. Hat der Jump-Hit platziert oder was? Ist das Jump-Hit wieder da? Nee, nee, ich glaub, der ist nicht mehr markiert, oder? Warte, warte, der ist da hinten, Jungs. Seht ihr den? Oh, Jump-Hit, der Jump-Hit. Der Jump-Hit liegt hier. Oh mein Gott, Jump-Hit ist auch wieder back. Oh mein Gott. Warum ist das Game so leise bei mir? Ich hör nicht mal die Gegner. Bist du auf Jump-Hit? Ich sollte mal die neue Waffe ausprobieren. Oh, der will mich leiser dann. Oh, gefährlich. Der wird jetzt erstmal eine Schelle bekommen, bro. Er ist soweit, er ist soweit. Steel, komm, let's go, Mann. Er ist soweit, er ist soweit. Ich hab nicht Einen Schuss getroffen. Genau Einen Leben, genau Einen Leben. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Warte, den hol ich sowas von. Pass auf, Steel. Nein, 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 der ist eigentlich ein Leben. Hap, 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 hap. Wichtig, 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 wichtig. Komm, Herstie. Den hab ich gar nicht gesehen, aber ein Zwei. Ey, bei mir ist es so laut, keine Ahnung, was die Nachbarn gerade machen. Müllabfuhren, sonst was auch noch am Start. Man hört nichts mehr. Das ist gefährlich. Wie war da, ist da einer irgendwo? Oh mein Fisch, guck mal, mein Fisch. Oh mein Gott, diese epische Reagan hat er gehabt. Sei mal, sei mal. Oder lass mich mal ein bisschen, wenn du Bock hast, gib mir mal. Was denn? Die epische? Hast du die epische Reagan genommen? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Haben wir noch die blaue oder so? Ja, das ist auch die blaue. Achso, ich hab dir die wieder gegeben. Ich dachte, du möchtest sie wieder haben, Stil. Ey. Ja, dann komm, ich geb zu dir. Ja, okay, nice, warte. Und Fische sind auch immer noch da. Zone, Jungs, Zone, Jungs. Ja, lass mal schnell zur Zone. Wir können auch Jumpit benutzen. Rechts ist einer. Ufos sind da oben, Jungs, die kommen. Regen da mit Ufos. Sie abschießen, oder? Oh mein Gott, der schießt sie ab. Ich schieß sie ab. Der Ero-Lose. Ich treffe ihn, ich treffe ihn, Blue-Life. Eklige Hits hab ich bekommen. Ganz eklige, geschmeidige Hits. Ich hab Ufos runtergeschossen. Sehr gut. Komm, da hol einen, einen hab ich da. Einen hab ich da und einen hab ich da. Was machen die? Der eine ist bei mir. Einen hab ich da. Oh mein Gott. Was passiert hier, Jungs? Schieß auf der Zufu, schieß auf der Zufu. Ja, das zahlt nicht so viel Leben. Ab ihn, ab ihn, er ist down, er ist down. Er schieß auf mich. Ja, die sind easy, easy. Jungs, du musst in die Zone. Ich muss in die Zone. Sind die noch hinter uns? Ey, er schießt auf mich. Nein. Nein, er hat mich geholt. Noch einen hab ich. Ich hol dich, ich hol dich. Wass auf, der kommt von der linken Seite. Ich hab ihn mit... Ja, stark. Bei uns ist ein Gegner, Stie. Bei uns ist ein Gegner. Stie, 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 Stie. Ich freu mich so viel, ich bin sofort auf... Warte. Oh, dann. Oh, scheiße. Hälte mich. Nein. Alter, wenn du das noch schaffst, Digga. Aber Stie, ich muss ja auch Rekord. Geh'n die Mad-Kids, geh'n die Mad-Kids. Da unten sind drei Mad-Kids. Karte schaust du safe. Scheiße. Du hast noch genug Zeit. Da unten sind auch noch mal drei Mad-Kids. Leute, wird Stie unser Retter. Nein, nein, geht Zone, geht Zone. Nimm die Mad-Kids von hier. Ey, die Ufos sind ja über Team Uffi. Kannst du doch in die Ufos einsteigen? In welche? Nimm Mad-Kid, nimm Mad-Kid. Tauscht deine graue M4 aus. Ich hab ne Dings. Ich hab alles gut, alles gut. Scheiß auf. Du kannst zwei Dings doch wiederbeleben sogar. Boah, das war krank. Jetzt hat er das runtergeschossen. Hast du ein Jump-Head? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Stie ist Lebensretter geworden. Oh mein Gott, bitte, bitte. Ich sag euch, ich hab gar nichts realisiert. Ich hab plötzlich voll viele fette Ufo-Hits bekommen. Ja, ich sag, Ufo sind OP, Digga. Da musst du aufpassen. Direkt auf Ufo runterschießen, wenn du siehst eins. Gönne vielleicht noch ein Mad-Kid, bevor du losrast. Ich weiß nicht. Ja, mach auf safe, mach auf safe. Oh, Zayaschaden, stimmt. Oh mein Gott. Gefährlich. Ganz gefährlich. Als ob wir das noch lebendrauch schaffen. Wenn wir jetzt noch die Runde gewinnen, ne? Erste Runde, Leute. Oh mein Gott. Normalerweise, ich hätte jetzt schon Aufnahme beendet, aber Freunde, das ist meine erste Runde, deshalb müssen wir das eigentlich packen. Naja, Steel schafft das. Steel schafft das safe, Digga. Steel, 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 komm schon. Zwei Jahre in Rente gewesen. Mein Fisch klärt hier, Digga, mein Glücksbringer. Wer da wiederkommt. Hast du noch ein Dings, ein Mad-Kid? Ne, ich meine Jump-Head. Ne, ne, leider nicht. Aber ich schaff's, schaff's. Ich werde euch einfach viel trotzdem beleben. Ich werde euch viel Lazy-Lake beleben. Du hast mehr als Mühe Zeit. Und da waren Werkzeitenkosten. Was war denn das? Keine Ahnung. Ich glaube, da droppt irgendwas Neues. Du kannst wahrscheinlich das upgraden oder so, oder? Naja, ja, bolzen, Waffen upgraden. 30 Sekunden, wenn jetzt keine Auge machen. Du musst dir gleich ein Mad-Kid rücken. Ich fahr's. Oh, da sind sogar noch Leute. Aber er schafft's, er könnte uns doch in ein Dings holen. Ich hoffe, dass er das schafft. Vielleicht sogar ein Lazy-Lake. Mal gucken. Ach, nee, es schafft er nicht. Renn, 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 renn. Bro, du schaffst es. 90 Sekunden. War jemand da, wie er ist hier? Ich habe irgendwas gehört. Ich hoffe, ich habe mir das eingebildet. Ich habe was Böses gehört. Nimm Auto, links, Auto, links, links, links. Oh, da wurde gebaut. Stil! Nein, die beleben wieder. Die beleben wieder. Sicher? Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Oh, fahr doch hin. Ja, scheiße, nein. Egal, egal, alles gut. Vielleicht ist das gut wegen Lautstärke. Schaffst du, schaffst du. Vor uns LKW. Warte. Da ist wirklich jemand, du hast recht. Hinterm Auto kannst du uns heilen. Einfach dahinter. Ja, wir hören das. Und da ist Jumpit, wichtig. Stark. Jetzt musst du durchziehen. Okay, perfect. Wir jumpen die Hände auch. Schaffen wir, schaffen wir. Let's go, Mann. Ohne Metz. Wie sollen wir das gewinnen, Leute? Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Links zum Button. Ey. Stil, ich küss dein Auge. Alles gut, Jungs. Stil, Stil, Stil. Let's go, Mann. Ich habe Waffe. Hier ist eine MP. Wir kriegen gleich 5 Mal Hits. Wir müssen raus, ne? Wichtig. Ja. Stani, nimm du, nimm du. Ufo ist vor uns. Oh mein Gott, Digga. Sollen wir rechts lang, Jungs? Rechts, rechts, rechts. Noch 7 Gegner, noch 7 Gegner. Ganz rechts, 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 rechts. Ey, wir sind einfach wieder am Leben. Wir sind hier noch Minis. Da, guck mal, hier, ich guck mal landen. Ja, sollen wir echt dorthin? Ja, okay. Ja, müssen wir gehen. Komm, 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 let's go. Kurz noch ein bisschen Lagerfeuer gönnen. Sortieren. Richtig und wichtig. Let's go. Wir sind die Ufo, Brüder. Wuhu. Hier, red. Bruder, Jungs. Jetzt, jetzt brauche ich. Vor uns Gegner, vor uns Gegner, Bro. Hopp. Ja, weit, 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 weit. Ja, wichtig. Sehr schön. Ich hoffe, der hat Metz. Wichtiger Lug, glaube ich. Na, hoffentlich. Wenn nicht, der hat mich noch hier noch abkommt. Der hat eine Gönne, eine Waffe, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall noch Geld luten. Lass die rechts lang, gucken, wo die Zone ist, Jungs. Ja. Lass mich kurz noch ein bisschen luten. Lass sie mich lang. Oh, lass die rechts lang. Ja, mach ich. Hier sind noch ein paar Fische. Fresh Fish. Die Raygun nehme ich dann. Ist nur ein Schild lang. Jungs, ihr müsst rechts lang kommen. Ich komme, ich komme, ich komme. Warte, warte, warte. Lass mich noch kurz looten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geholt. Genau in dem Moment. Richtig. Ressourcen. Okay, Jungs, noch Dings. Nennt auch hier. Fünf Gegner. Ich fahre noch ein bisschen Metz. Da schießt jemand auf mich. Mach diese anderen Ausruhenpolitik. Ja, du bist zu weit weg. Ich komme, ich komme. Ich sei unten lang gegangen. Ja, ich komme. Ich war oben, Bro. Ja, das ist nicht gut, weil da werden uns die Gegner erwarten. Wir müssen jetzt hier irgendwie hoch uns kämpfen. Boah, warte, da oben. Boah, Alter. Äh, Ziel, kannst du mit mir noch Schild droppen? Ja, ich bin safe. Oh, warte, hier. Wie viel Schild hast du? Hast du noch vielleicht ein Schild dran? Ja, easy, easy, komm hier. Ja, nice. Jungs, die snipen, ja, die snipen, damit du Bescheid wirst. Bleib nicht stehen. Die haben da oben die ganze Zeit gesnipet. Danke, reicht euch. Alles gut. Kurz noch Metz-Farm. Ja, lass die rechts hoch. Hier ist noch ein Schild dran. Nimm das mal Stil. Ja, nehm ich. Ich habe keinen Spot mehr. Obwohl, ich könnte meine... Ich nehm, ich nehm. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, die Raid-Garn, Leute. Es geht gleich los. Werden wir das schaffen? Hier, lass die weiter looten. Hey, das wäre so geil, wenn ich meine erste Runde einfach gewinne. Direkt Hänge-Gleiter. Wichtig und richtig. Warm. Hier, das sind übrigens diese Boxen. Was ist da drin? Munition. Komm, ich baue hier. Munition ist nach oben. Ja, okay, wichtig. Zone kommt. Jetzt wird es ganz eklig. Was machen wir hier gerade? Wandern oder was? Oh mein Gott. Wir wandern einfach in Season 7, Jungs. Ey, Mount Everest. Was machst du da, Digga? Das ist so... Ey, das sieht so gefährlich aus. Ey, wie episch das auch aussieht. Über uns, Ufo. Dann so ein Riesenberg. Was ist das für eine Zone? Das erinnert mich so ein bisschen an Polar-Pier gerade. Ja, ja, ne? Safe. Oh mein Gott, die sind ganz oben, Bro. Die sind ganz oben. Oh mein Gott, muss ich nach oben. Das war's. Oh, da vorne ist einer. Kommt hier ins Haus rein. Ins Haus rein, Lüge. Ja, okay, okay, okay. Warte. Oh mein Gott, wer ist das? Was ist das denn? Ich war das, ich war das. Oh mein Gott. Die haben aber auch auf mich geschossen. Ich hoffe, die Zone ist hier bei uns. Wenn Zone oben ist, sind wir am Arsch. Was ist hier? Ah, wir wurden analysiert. Ja, die haben uns aufgeregt. Nein, stimmt. Die Hacker-Waffe, die OP-Hacker-Waffe. Das ist ja unnormal unfair. Aber eigentlich müssen... Ja, die müssen nach oben. Nein, das ist ganz vergessen. Ey, das ist so schlecht. Ey, das schießt einfach durch. Bro, hier, kommt hier, kommt hier rechts lang, Jus. Warte. Es, wie hier, ich hab noch einen Trank für dich. Ja, wir müssen nach rechts lang, geht nicht anders. Hier rechts lang. Das ist so OP. Ich hab noch ein Medikett. Ich hab noch ein Medikett. Ich hab noch ein Medikett, alles gut. Komm nach oben, Es, U. Ich komm nach oben, ich komm nach oben. Wer baut du? Wer baut du? Hey, wie gefährlich ist das? Die schießen. Wenn wir jetzt hochkommen, dann schaffen wir es. Hinter mir ist das. Ich könnte ihn easy weglasern. Hinter dir, warte, ich komm, ich komm. Ist er hinter dir? Der ist jetzt weggegangen. Wie viele Meds hast du noch? Okay, ich hab die. Er ist wonen, er ist wonen, er ist wonen. Nice. Hier ist einer. Ich hab keine Meds mehr. Lux, ich bin hier wie Ufo-Schiff. Ich bin nur um Ufo. Ich schieß auf die. Ich schieß auf die. Hab ihn, hab ich. Hab ihn. Lux, ich schieß auf die. Ich bin nur um Ufo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er kann nicht. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich schieß auf ihn. Ich hab die Diegel. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was passiert? Er ist auf die Ufo. Gunn den Meds. Warte. Oh mein Gott. Schieß auf die Ufo. Ich sehe kein Ufo. Ich hab die Gegner, ich komm doch mal. Ja, ich bin weiter. Ich hab auf ihn geschossen. Explodiert. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ray Gun. Bam. Nein. Wir müssen zu. Ich hab keine Meds. Ich hab null Meds. Hast du Meds, irgendwas? Ich hab eine 260. Ich hab nichts. Ich helfe ihn. Okay, let's go, let's go. Bisschen analysieren. Ich bin das. Was ist das für ein Zaun? Ach so, das bist du. Ich dachte, wir können analysieren. Der ist unter dir. Unter dir. Nein, 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 nein. Starkstil. Oh mein Gott. Starkstil. Nein, nein, nein. Warte, noch. Der ist unten drin. Wo ist er? Die sind unten, die sind unten. Komm, ich hab einen Bigness. Komm, Ess, Ess, zu mir. Alles gut, warte. Da kommt jemand von hinten. Hinter uns. Ich rutsche. Ich hab keine Meds, Digga. Ich hab wirklich keine Meds. Oh mein Gott. Hier, hier, Bro. Ein Bigness. Danke, aber ich hab gar keine Meds. Geh runter, geht doch runter, geht runter, Jungs. Lass runter, lass runter, lass runter. Was ist das für eine Runde? Oh mein Gott. Bro, ich hab einfach keine Meds mehr. Verstehst du das? Die sind da oben. Ja, reich ich. Benutz mal hier dieses Teil. Warte. Oh mein Gott. Schieß sie runter. Hast du Meds gedroppt? Stark. Das ist kein Wort, ne? Es ist kein Bigness, Ess, Mann. Da rutsch ich aber runter, Jungs. Ich kann nicht. Ja, warum nimmst du den denn nicht? Ich hab nicht gesehen, dass es da war. Wirklich, wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, dann gib mir Biggie. Komm her, warte hier. Ich kann halt nichts spawnen, ne? Ich hab nicht einen. Nimm einfach den Bigness. Ja, okay, mach ich, mach ich. Links lenkst du ihn ab. Du musst den Drager hinterlassen. Mach ich, mach ich. Ich hab keine Ressourcen mehr. Ich hab keine Ressourcen mehr. Warte. Stark. Keiner fällt runter. Komm schon. Oh mein Gott. Ich hab keinen Ressourcen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so viel. Was ist das? Ich verstehe. Ich hab das ja nicht gesehen. Was ist das für ne Runde? Der schießt. Oh mein Gott. Der kommt von links. Oh mein Gott, start. Start. Ja? Der schießt von da oben. Nein. Oh mein Gott, starkes Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat ihn. Okay, nice. Ich hab keinen Mad-Steal. Vergiss nicht, ne? Komm her, jetzt. Ich hab alles hier jetzt. Ja, warte, warte, warte. Ich lauf die ganze Zeit ohne Mad-Z-Punkt. Ich glaub, ich glaub alles. Ich glaub, ich glaub hier. Danke, danke. Ja, richtig. Oh mein Gott. Ich gebe noch mehr ein. Warte, hier. Ja, nice, 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 nice. Meine Waffen, meine Schocker. Meine Waffen. Hab ich dir gesehen? Bro, hier. Hier, hier, deine Waffe. Deine Waffe. Okay, okay. Ich kann nicht mehr. Hier, wenn du einen Fisch brauchst. Einen Fisch. Der ist in der Form. Hier müssen wir unterschießen. Stark, stark. Er kommt. Hat einen guten Hit. Ist one shot, ist one shot. Der ist one, Bro. Den hast du, den hast du, den hast du. Er hat zwei Hits. Schreit. Ja, Mann. Oh mein Gott, Leute. Eins auf, wir diese Runde gewonnen haben. Oh mein Gott, Freunde. Was hat Stili am Ende wieder gemacht? Das war ja Full Carry des Todes, Leute. Ohne Witz. Ich sag euch ehrlich. Was war das für eine erste Runde? Ach. Heftig. Und jetzt guckt ihr den Regenschirm an. Oh mein Gott, Leute. Ja, stimmt. Den hab ich gar nicht. Stimmt, jetzt holen wir uns den Regenschirm. Also, wenn alle Fortnite-Runden genauso wie auf diesem Level gerade sein sollten, ne? Real Talk, das Ende war einfach kein Fortnite mehr. Was war das? Ich dachte schon, in was für einem Game bin ich gerade? Alter. Leute, wir haben den Hängegleiter bekommen. Oh mein Gott. Heftig. Freunde, checkt unbedingt, stand ihr uns die unten in der Videobeschreibung ab. Bei den beiden kommt heute auch safe noch zwei Videos oder so. Checkt die Jungs ab. War eine richtig geile Folge mit denen. Haut rein. Wir sehen uns. Peace.